Um es gleich vorwegzunehmen, Dr. Schreber ist erst Posthum-Namensgeber geworden und Dr. Schreber hatte auch nie die Idee, einen Kleingarten zu gründen. Dr. Schreber wollte eigentlich nur, dass sich die Kinder, die ja schon viel in der Schule sitzen mussten, viele, viele Stunden lang, dass die sich eigentlich sportlich betätigen. Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Eskutscher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Mein Name ist Ralf. Und mein Name ist Lukas und wir stellen euch einmal im Monat kleine, skurrile, alternative und liebenswerte Museen vor und vor allem die Geschichten dahinter. Und wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, dass wir normalerweise immer zu Beginn eines jeden Monats publizieren. Aber heute ist es anders, denn heute ist der 19. Mai und das ist der internationale Museumstag. Da konnten wir es natürlich nicht lassen, diesen Tag zu feiern und eine extra Episode rauszuhauen. In Deutschland gibt es schätzungsweise über 7000 Museen und das ist natürlich eine Auswahl. Die müssen wir mit Bitte nicht anfassen, erstmal abklappern. Aber die meisten Museen, die wir besucht haben, die machen eine wahnsinnig tolle Arbeit, viele davon ehrenamtlich, viele davon mit einfach unglaublich viel Engagement und Potenzial. Und wir freuen uns einfach jedes Mal, in diesen Museen zu sein. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir mit dieser Bitte nicht anfassen Museumstagsfolge einen kleinen Beitrag dazu leisten können. In der vergangenen Folge, da hatten wir Julia Rübisch zu Gast und sie ist anstelle von uns ins Bikini-Art-Museum gegangen, in Bad Rappenau in Baden-Württemberg. Kannst du dich noch daran erinnern, worum es da ging? Ja, da haben wir viel gelernt über die Geschichte des Bikini, über welche krassen Ausstellungsstücke an der A6 Autobahnausfahrt Bad Rappenau im Bikini-Art-Museum liegen. Und dass man da freien Eintritt bekommt, wenn man in dieses Museum mit einem Surfbrett und mit Badehose reingeht, was ich auch ziemlich witzig finde. Und du hast ja auch gesagt, du möchtest da gerne mal reingehen. Deswegen, wenn du es machst, mach ein Foto. Ja, ja, mach ich auch. Ich habe überlegt, ich habe ein Stand-Up-Paddle-Board. Vielleicht kann ich das ja auch als Surfbrett dann sozusagen verkaufen und dann mal gucken. Na, wir werden sehen, wir werden sehen. Genau, das heißt aber, weil die letzte, ich sage mal, reguläre Folge, die kam ja von mir. Das ging ja, da waren wir im Gießkannenmuseum in Gießen. Das heißt, dass du jetzt in dieser Folge dran bist und ich bin schon ganz gespannt, was du mir da mit eingepackt hast. Ja, dann packen wir doch mal aus. Und zwar war ich in Leipzig und Leipzig, da warst ja du auch schon mal. Wir waren ja gemeinsam sogar in Leipzig. Wenn du jetzt an Leipzig denkst, woran denkst du denn da? Ich denke an Hipster-Viertel, an die Thomane-Kirche, Johann Sebastian Bach. Ich denke an die Buchmesse. Ich denke an krasse Altbau-Viertel. Und vielleicht noch an Connewitz. Connewitz, wo die Autos brennen. Ja, also wirklich sehr unterschiedliche Sachen, sehr viele unterschiedliche Facetten. Ich fand es ja interessant, dass deine allererste Assoziation die Hipster sind. Die Hipster-Viertel. Naja. Es gibt aber noch eine Sache, an die du jetzt dann hoffentlich denkst, wenn du an Leipzig denkst. Und zwar Kleingärten. Kleingärten. Leipzig hat deutschlandweit die höchste Kleingärtendichte, bezogen auf die Einwohnerzahl. Das heißt, auf 100 Einwohner kommen circa sechs Kleingärten. Krass. Im Vergleich dazu ist es jetzt in anderen Städten, wie jetzt Berlin oder Hamburg, da ist es so, dass nur zwei Gärten auf 100 Einwohner kommen. Und wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, dann bedeutet das, dass in Leipzig rund 100.000 Leute Kleingärtner bzw. Kleingärtnerinnen sind. 100.000 Leute sind in Leipzig Kleingärtnerinnen oder Kleingärtner. Ja, krass. Hä? Aber das ist ja ein bisschen, wie soll denn das gehen? Das ist ja wirklich viel. Ja. Ja, warum jetzt Leipzig für Kleingärten so bekannt ist, das werde ich dir im Laufe der Folge erzählen. Es ist auch so, dass die Kleingärten ein Drittel der städtischen Grünflächen ausmachen in Leipzig. Also es ist wirklich eine Menge. Und ich war, um natürlich jetzt wieder den Dreh zu Bitte nicht anfassen zu finden, ich war im Kleingärtner-Museum. Witzig. Das behauptet von sich, das weltweit Einzige seiner Art zu sein. Und ja, heute mache ich so ein bisschen Rundumschlag, Geschichte des Kleingartenwesens, auch den sozialen Wert von Kleingärten und ja, auch ein bisschen Punk wird drin vorkommen. Sehr geil. Kannst du mir vielleicht erstmal kurz erklären, was versteht man denn unter Kleingärten? Gibt es da eine Definition? Eigentlich möchte ich später dazu kommen, aber ich kann es trotzdem jetzt mal vorweg nehmen. Als Kleingarten zählt nur ein Garten, der eine Drittelregelung hat. Das heißt, ein Drittel des Gartens ist Erholungsfläche. Ein Drittel ist beispielsweise jetzt eine Laube oder ein Schuppen oder so. Also irgendwas Häusliches und ein Drittel Anbaufläche. Und nur wenn diese Kriterien erfüllt sind und auch nicht überschritten werden oder so, dann kann man erst von einem Kleingarten sprechen. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Regelungen, weil die Kleingärten, die sind ja in Vereinen organisiert. Also gut. Aber hat eine lange Geschichte. Kleingärten waren auch nicht immer so, wie sie heute sind. Aber da müssen wir, glaube ich, am Anfang anfangen. Aber bevor wir das machen, eine kurze Frage. Hast du denn eigentlich irgendeinen persönlichen Bezug zu Kleingärten? Gibt es da jemanden in deiner Familie vielleicht? Hast du selber mal einen Kleingarten gehabt oder hast einen? Du, nicht nur einen. Also meine Eltern haben ja einen Kleingarten. Dann haben wir die Kleingärtnerei als Anbaufläche meiner Großtante übernommen. Das heißt, wir sind quasi voller Gärten und Kleingärten und alles Mögliche. Von Kartoffeln, Karotten, Salat im Sommer, Zucchini, Tomaten, alles Mögliche. Also wir sind da voll drinnen. Und da du ja weißt, dass ich aus Bamberg komme, in Bamberg gibt es sogar die Gartenstadt. Ein Stadtteil, in dem seit dem Mittelalter genauso Gärtnereien und Kleingärtnereien auch überall vertreten sind. Das heißt, ich bin eigentlich ein Gartenbusiness, ziemlich up to date. Okay, ja. Aber da bin ich auch gespannt, ob du auch über die Geschichte schon ganz viel weißt. Aber ansonsten ist es natürlich für viele Leute, die jetzt zuhören und für mich hoffentlich sehr aufschlussreich. Zumindest war es für mich sehr aufschlussreich. Ich habe nämlich gar keinen Bezug zu Kleingärten. Und die Person, die ich dir jetzt vorstellen werde, die hatte am Anfang auch keine Ahnung von Kleingärten. Ich hatte vorher auch keine Verbindung zum Kleingartenwesen. Ich hatte viele mögliche und unmögliche Gedanken im Kopf, endete am Schluss darin, dass ich zwei Jahre später auch selber einen Kleingarten dann hier hatte in der Anlage. Aufgrund der Arbeit? Aufgrund der Arbeit und der Erkenntnis, dass ich das schön finde. Aufgrund der Erkenntnis, dass ich das schön finde, habe ich beschlossen, einen Kleingarten anzulegen. Sehr geil. Also wen du jetzt gerade gehört hast, das ist Katharina Petzelt. Sie ist Diplom-Museologin und die Leiterin des Kleingärtner-Museums in Leipzig. Und sie hat mich so rumgeführt durch das Museum. Da muss ich dazu sagen, das Museum ist so aufgebaut, dass es einmal das Museumsgebäude gibt. Das befindet sich innerhalb einer Grünanlage. Und außenrum, wie es natürlich auch passt zum Thema, sind halt Kleingärten. Und es gibt dann sogenannte Schaugärten, die zum Museum gehören, die man sich angucken kann und die historischen Kleingärten aus unterschiedlichen Zeiten eben entsprechen. Wenn man jetzt in das Museum reingeht, dann stellt man schnell fest, dass das chronologisch aufgebaut ist. Also es geht wirklich um die Ursprünge und die Entwicklung des Kleingärtner-Wesens. Und später kommen dann noch andere Aspekte dazu. Das heißt, ich fange jetzt auch mal bei dem Anfang an. Und es ist nämlich so, dass alles angefangen hat im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Das heißt, wir sprechen von Industrialisierung, die ja die Arbeitsweise, aber auch die Lebensweise der Menschen stark verändert hat. Viele Leute sind dadurch in Städte gezogen, um dann in Fabriken zu arbeiten. Die Wohnpreise sind in den Städten gestiegen. Leute sind dann verarmt. Und um dieser Verarmung entgegenzuwirken, hat sich dann im Jahr 1800 eine, ja wie sagt man, eine Gesellschaft oder ein Verein dafür eingesetzt, diese Armut zu bekämpfen, nämlich die Society for Bettering the Conditions and Increasing the Comforts of the Poor. Die hat dann 100 Parzellen an Fläche, an bedürftige Familien günstig abgegeben. Und dann wurde darauf Kartoffelanbau betrieben. Und das war sozusagen der erste Kleingarten oder so ein bisschen Vorläufer könnte man sagen. Und dann ist das rübergeschwappt auf Festland Europa, genauer gesagt jetzt Deutschland. Da gab es den ersten Kleingärtnerverein in Norddeutschland, nämlich in Kappeln an der Schlei. Und da kann dir Katharina Petzl was zu erzählen. Der allererste Kleingartenverein überhaupt, der wurde sogar schon 1814 in Kappeln an der Schlei gegründet, also im norddeutschen Raum. Und ausschlaggebend dafür, dass man heute von der ersten Gründung spricht, ist, dass dieser Verein, der als Armenfürsorge angedacht war, sich eine Gartenordnung gegeben hat. Also die Gartenordnung ist ausschlaggebend für die Definition des Kleingartens. Wie gesagt, schon 1814, also schon ein Weilchen her. Die Anlage gibt es auch heute noch dort. 1814, krass, das ist wirklich bald. Aber ja, interessant, dass irgendwie Armenfürsorge und Kleingärten so zusammenhängen, hätte ich auch nicht gedacht. Das waren dann immer so 500 bis 1500 Quadratmeter große Felder, die dann die Leute nutzen konnten, um da Grundnahrungsmittel anzubauen. Ja, und der damalige Pachtvertrag, also diese Ordnung, von der Katharina Petzl gesprochen hat, die hatte auch schon einige Aspekte drin, die es heute immer noch gibt. Nämlich einmal den Gemeinschaftspachtvertrag, dann eine jährliche Pachtzahlung, festgelegte Wegbreiten, ganz wichtig, und zum Beispiel auch Hecken als Einfriedung der Gärten. Und die Pächter waren überwiegend Handwerker, Arbeiter und Kaufleute. Das Modell, das hat sich dann aber irgendwie nicht so wirklich durchgesetzt, weil es zu teuer war für die wirklich armen Schichten. Und dann haben sich zeitgleich, würde ich es mal sagen, oder ungefähr zur selben Zeit, haben sich noch andere Ursprungslinien der heutigen Kleingärten herausgebildet. Das ist zum Beispiel Garten von Betrieben. Also es haben sich ja ganz viele Fabriken in der Zeit gegründet, und die haben auch Land dazu gekauft und wollten versuchen, da die Arbeiterschaft anzusiedeln und damit auch zu ködern und bei der Stange zu halten, dass sie auch wirklich in dem Betrieb blieben. Und sie haben das auch teilweise an Konditionen geknüpft, zum Beispiel, dass Mitarbeitende, die eine Gartenparzelle haben wollten, dass die keiner Gewerkschaft beitreten dürften. Union Busting mit Kleingärten, auch interessant, ja. Ja, oder auch Eisenbahnverwaltungen haben öfter Gärten gehabt, dass es neben den Schienentrassen, das gibt man ja heute auch immer noch, neben den Schienentrassen haben sich halt sehr viele Kleingärten herausgebildet. Also wenn du jetzt heute nach Berlin fährst, dann siehst du links und rechts ganz viele Kleingartenparzellen. Ah ja, okay. Und eine andere Ursprungslinie sind Arbeitergärten des Roten Kreuzers. Also das Rote Kreuz hat sich damals dafür eingesetzt, mittellose und kinderreiche Familien mit solchen Gärten zu versorgen, damit die wiederum Obst und Gemüse halt anbauen konnten. Und auch um den Familiensinn zu stärken. Und auch damit Männer dem Wirtshaus fernbleiben. Eine weitere Ursprungslinie, die sich herausgebildet hat, waren die sogenannten Berliner Laubenkolonisten. Hast du davon schon mal gehört? Nee, also eine Laube ist ja so eine Gartenhütte, oder? Richtig. Und ich könnte mir vorstellen, Laubenkolonisten sind halt dann Leute, die halt vielleicht einfach in diesen Lauben dauerhaft wohnen und dann eine Kolonie haben. Und das könnte ja wiederum eine Vorform vom heutigen Schrebergarten sein. Ja, da komme ich später noch dazu. Aber du bist auf jeden Fall schon sehr nah dran. Im Detail wird es der Katharina Petzelt erklären. Berlin selbst als Stadt wurde ja 1871 Reichshauptstadt. Und damit verbunden war ein starker Anstieg der dortigen Einwohnerschaft, weil natürlich viele Leute vom ländlichen Raum in den Großstadtraum gegangen sind, um dort Arbeit zu finden, Gründung von Fabriken. Ja, und die Leute gingen natürlich in die Stadt. Arbeit finden hat auch geklappt. Da war genug für alle da, nur der Wohnraum war zu knapp. Und aus dieser Not heraus haben die Leute sich halt auf Freiflächen, die da noch waren, ja, kleine Hütten zusammengebaut und haben da, nicht gewohnt, eher gehaust. Und aus Ermangelung des Geldes haben sie sich halt selber auch Kartoffeln und Kohl angebaut. Das war alles sehr autonom. War ein bisschen Punk, glaube ich. Also aus der Not heraus geborener Punk und wurde dann aber geschluckt durch die ersten Vereinsgründungssatzungen. Also die haben einfach gemacht, hatten natürlich das Problem, dass sie ständig wieder von den Flächen mussten. Mittlerweile gab es dann auch mobile Lauben oder gibt es halt auch schon wieder in Gemeinschaftskärten so bewegliche Obstpflanzungen. Also sowas hatten die dann teilweise auch in irgendwelche Bretter, Kisten gepflanzt, damit sie es nicht jedes Mal ausgraben mussten. Jo, ist ja jetzt eine ähnliche Situation in Berlin. Ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die mal in Berlin vorübergehend in der Laube gewohnt haben, weil sie keine Wohnung gefunden haben. Ach echt? Ja, kein Scheiß. Kein Scheiß. Es gibt dann noch weitere Ursprungslinien, auf die ich eingehe und noch zwei sind das. Eine davon, die auch im 19. Jahrhundert entstanden ist, das ist die Naturheilbewegung. Die hatte da nämlich auch Gärten angelegt, um da verschiedene Veranstaltungen zu machen, um Gesundheitspflege zu betreiben, alternative Heilmethoden anzuwenden, aber sich auch gärtnerisch zu betätigen. Und dazu zählen Bewegungen wie Vegetarier, Antialkoholiker, auch Freikörperkultur und auch die Turnbewegung. Und was jetzt dieser Ursprungslinie sehr nahe kommt, auch wenn man es vielleicht jetzt gar nicht vermuten würde, das sind die Schrebergärten. Das ist nämlich jetzt ein ganz großer Punkt, auf den ich eingehen werde. Schrebergärten, den Namen kennt ja glaube ich jeder und der kommt von Dr. Schreber. Echt? Ja. Ach krass, okay. Weil ich dachte, Schreber heißt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Schreber, so eine veraltete Form von, keine Ahnung, Anbau, irgendwie ein altes Verb, was es heute nicht mehr gibt. Das ist wirklich nach einem Typenwinn an Dr. Schreber. Geiler Funfact. Okay, tell me more. Das nächste Kleinkuss. Ja, tell me more, Katharina Petzelt, tellt dir mal more. Oje, das wird immer wieder anders. Ja, dazu hat Katharina Petzelt auch was gesagt. Dr. Schreber wurde geboren 1808 hier in Leipzig und war dann nach seinem Studium der Medizin hier auch Arzt und Orthopäde in der Stadt. Um es gleich vorwegzunehmen, Dr. Schreber ist erst Posthum-Namensgeber geworden und Dr. Schreber hatte auch nie die Idee, einen Kleingarten zu gründen. Dr. Schreber wollte eigentlich nur, dass sich die Kinder, die ja schon viel in der Schule sitzen mussten, viele, viele Stunden lang, dass die sich eigentlich sportlich betätigen. Der Schreber war nämlich Mitbegründer des ersten Turnvereins hier in Leipzig, der überhaupt gegründet wurde. Er war dort Vorsitzender und Mitglied und selbst begeisterter Sportanhänger. Und diese sportliche Idee, auch im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass viele Kinder halt auch orthopädische Probleme hatten, führte halt dazu, dass er sich dafür ausgesprochen hat, sogenannte Spiel- und Tummelplätze in der Stadt einzurichten. Also Spielplätze, die es ja bis dato noch nicht gab. Herr Krass, das heißt, der Namensgeber des Schrebergartens, Dr. Schreber, ist sozusagen auch der Erfinder der Spielplätze. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber er ist zumindest einer der Miterfinder, ja. Ob er der einzige Erfinder ist, weiß ich nicht. Aber diese Spielplätze, die wurden dann zu der Zeit nicht Spielplätze genannt, sondern Schreberplätze. Und aus den Schreberplätzen, wie sind dann aus den Schreberplätzen die Schrebergärten geworden? Das wurde so, indem ein Pädagoge und Schuldirektor namens Ernst Innozenz Hausschild 1864 einen Verein gegründet hat, den er dann eben zu Ehren von Dr. Schreber Schreber Verein gegründet hat. Und da war dann relativ bald festgelegt, dass halt Gärten genutzt werden und in der Mitte dieser Gartenanlagen soll sich so ein Schreberplatz befinden, also so ein Spielplatz für Kinder und außenrum wurden dann Beete angepflanzt. Also wurden Beete angepflanzt, die hießen dann auch erst Kinderbeete, also sollten eigentlich sich die Kinder beteiligen. Aber irgendwie haben die dann relativ schnell die Lust dran verloren und dann wurden Familienbeete draus, also die Erwachsenen haben sich dann darum gekümmert. Und 1870 trat dann die erste Gartenordnung in Kraft und damit haben sich dann die Beete zu Gärten gewandelt. Also die haben dann so einen Zaun bekommen und einen kleinen Schuppen nebendran. Und in dieser Zeit haben sich dann auch weitere Schreber Vereine gegründet, weil das anscheinend so erfolgreich war. Dann musste das Areal in Leipzig umziehen eines Tages, weil es da so ein Straßenbauvorhaben gibt und ist umgezogen, nämlich dorthin, wo heute das Museumsgelände ist. Ah, also das Museumsgelände auch ein historischer Ort sozusagen. Richtig. Und das Museumsgebäude ist auch ein historischer Ort, denn das ist das damalige Vereinsheim vom Schreberverein. Ist auch immer noch aktuell das Vereinsheim vom Schreberverein. Ah, okay. Krass. Gibt es eigentlich diese Schrebervereine nur in Deutschland oder gibt es die auch darüber hinaus? Bei den Schrebervereinen weiß ich es nicht, aber Schreberverein ist im Endeffekt ja eine Art von Kleingarten. Und Kleingärten gibt es weltweit. So hat mir zum Beispiel Katharina Petzelt erzählt, dass auch öfter mal internationale Gäste kommen, um den Verein und auch das Museumsgebäude zu besuchen. Und da sind dann zum Beispiel auch Leute aus Japan dabei. Also auf internationaler Ebene gibt es eine, puh, jetzt kommt man französisch wieder raus, eine Föderation Internationale des Jardins Familiaux. Mit A-I-R-E am Ende oder A-L-E? A-U-X. A-Familio. A-Familio, ja. A-Familio, okay. Diese Vereinigung ist die größte europäische Freizeitorganisation. Krass. Mit über zwei Millionen Kleingärtnerfamilien und Kleingärtnern aus 13 Ländern. Krass. Zwei Millionen. Ja. Und kleiner Funfact, da habe ich jetzt aber nicht weiter recherchiert. Diese Vereinigung hat sogar einen partizipativen Status im Europarat. Krass. Naja, gut, bei zwei Millionen ist ja auch echt einiges, hey. Ja. Ich komme jetzt aber wieder zurück zum Schreberverein. Da war es nämlich so, dass ja am Anfang die körperliche Ertüchtigung der Kinder im Vordergrund stand. Also aus dem Turnen heraus kam das ja. Und dann kamen da diese Beete dazu. Also man hat ein bisschen Sachen angepflanzt. Aber das Ganze hat auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja so ein Vibe wie bei, weiß ich nicht, wie bei Jugendfreizeiten halt einfach. Also dass Kinder und Jugendliche da Verantwortung übernommen haben in der Gruppe, dass sie sich darum gekümmert haben, dass der Spielplatz und die Beete intakt gehalten worden sind und so weiter. Und es ging auch darum, Kinder zu fördern, die benachteiligt sind. Also Kinder aus armen Familien beispielsweise. So gab es zum Beispiel eine Zeit lang die Milchkolonien. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Bei den Milchkolonien war es so, dass auf dem Schreberplatz während der Sommerferien vergünstigt Milch verkauft wurde und kränkliche oder besonders erholungsbedürftige Kinder, das haben sich vorab dann Ärzte oder Ärztinnen halt angeguckt, die haben dann eine Milchkarte bekommen und mit der konnten die dann während der Sommerferien unentgeltlich Milch erhalten und auch ein bisschen Brötchen und Gebäckstücke. Also das sind jetzt diese ganzen Ursprungslinien, die ich aufgezählt habe. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also die Schrebergärten, die wir jetzt gerade haben, die Berliner Laubenkolonisten, die Arbeitergärten des Roten Kreuzers, Gärten von Betrieben und Gärten der Naturheilbewegung und Armengärten. Also sechs Ursprungslinien gibt es und ich springe jetzt mal in der Zeit, weil die haben sich dann alle vermischt. Die wurden dann alle zusammengefasst zu Kleingärten. Und nach dem Ersten Weltkrieg, da war die Wohnungsnot auch sehr groß und es gab Lebensmittelknappheit und da wurde dann staatlich auch das Kleingartenwesen gefördert, indem die Pachtpreishöhe eingeschränkt wurde und städtisches Gelände zur Gartenbestellung bereitgestellt worden ist. Aha, cool. Und, auch ein Funfact, als sich die Weimarer Republik gegründet hat 1919, war die Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung eines der ersten Gesetze, die beschlossen worden ist. Ernsthaft? Ja, nur wenige Monate nach der Gründung. Also das heißt, der Kleingarten ist wirklich im modernen deutschen Staatswesen irgendwie sehr eng verankert. Ja, das hat einen hohen Stellenwert auf jeden Fall. Und 1921, also ein paar Jahre später, hat sich dann auch der erste Dachverband gegründet, in dem alle Vereine dann untergebracht waren. Der sogenannte Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschlands. Und der hat verfolgt, dass es halt so eine gerechte Regelung der Pachtpreise gibt und dass auch Dauerkolonien eingerichtet werden konnten, also dass halt diese Kleingärten da stehen bleiben durften. Ist auch immer noch heute so in der Ordnung, komme ich auch noch später dazu. Ja, wir springen wieder ein bisschen in der Zeit, weil da war es dann erstmal ruhiger, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Und dann im Nationalsozialismus war es so, dass dann auch das Kleingartenwesen gleichgeschaltet worden ist. Das heißt, da sind dann halt Leute ausgetauscht worden und der Dachverband wurde dem Amt für Agrarpolitik bzw. Reichsnährstand unterstellt. Und die Kleingärten, die sollten dann helfen, von Importen unabhängig zu werden. Hat letzten Endes eigentlich nicht wirklich geklappt. Und es gab auch ganz, ich finde, lustige Auswüchse. Also das Kleingartenwesen, da gab es dann so eine Idee, dass man Maulbeerbüsche anpflanzen sollte. Maulbeerbüsche, wofür braucht man die? Weißt du das? Nee. Für die Seitenspinnerraupe. Ah, okay. Also da sollten die halt ganz viele Maulbeerbüsche anpflanzen für diese Seitenspinnerraupe, um Seite zu gewinnen, die dann für die Fallschirmproduktion verwendet werden sollte. Ah. Und das hat aber nie geklappt? Nee, das hat nicht wirklich geklappt. Was ich mal gelesen habe, ich glaube, das war damals im Bachelor sogar, da habe ich mal ein Referat gehört und das fand ich irgendwie weird, weil das habe ich mir gemerkt. Und zwar, da hat jemand analysiert anhand von nationalsozialistischen Gärtnerzeitschriften, wie die Versorgungslage im Krieg gewesen sein musste, gemessen an dem, was quasi als Nahrungsmittel in diesen Zeitschriften empfohlen wurde. Also ab dem Zeitpunkt, wo man quasi gesagt hat, ja, esst Kohlsuppe oder esst Kartoffelschalensuppe oder was weiß ich, weil da sind total viele Vitamine für euch drin und so weiter und so fort, konnte man darüber Rückschlüsse ziehen, über die Ernährungssituation und darüber auch über die aktuelle Kriegssituation. Das fand ich total spannend, wie man quasi vom Kleingarten, also wobei, das ist ja auch große Landwirtschaft, ja, aber ich meine, Kleingarten werden dann ja auch ihre Bedeutung gehabt haben. Das ist schon spannend, was man da für Rückschlüsse auf die gesamte Gesellschaft ziehen kann. Ja, total. Also Kleingärten wurden ja auch da einbezogen in diese Lebensmittelproduktion, also durch diese Gleichschaltung, das wurde ja forciert, dass dann die Kleingärten zu einem gewissen Teil die Produktion übernehmen sollten. Geklappt hat es nicht wirklich. Die Kleingärten wurden auch für andere Zwecke verwendet. Es wurden dort Zwangsarbeiter untergebracht, auch Militärbauten wurden in Kleingärtenanlagen untergebracht oder auch so Flax zum Beispiel hat man da aufgestellt. Aber zu der Zeit kann dir auch Katharina Petzelt noch mal was erzählen. Die Kleingärten in der Zeit des Nationalsozialismus waren auch ein Ort zum Beispiel von Widerstand oder von Verstecken. Es gab Leute, die ja so ein bisschen die vermeintliche Anonymität in einem Kleingarten verwendet haben, um sich dort zu treffen in den Lauben oder um dort auch Leute zu verstecken. Berühmtes Beispiel ist der Hans Rosenthal, der ein Jahr, anderthalb Jahre in einer Kleingartenanlage in einem kleinen Bretterverschlag an der Seite überlebt hat als Jude und hätte die Pächterin ihn dann nicht versteckt, hätte er es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch wie so eine Art Refugium in der Stadt ist für politisch Verfolgte oder auch wahrscheinlich was, was sich einfach wahnsinnig schwer überprüfen lässt. Kennst du denn den Hans Rosenthal? Nee, noch nie gehört den Namen tatsächlich. Okay, ja dann in ganz wenigen Sätzen erzähle ich was über den. Ich kannte den vom Namen, aber wusste auch nicht viel und habe mir dann nur den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Gebt nicht zu viel auf meine Worte, aber ich fand es ganz spannend, weil der ist halt in einer jüdischen Familie in Berlin aufgewachsen und sein Vater hat bei einer Bank gearbeitet, aber während des Nationalsozialismus, weil er Jude war, ist ihm dann gekündigt worden. Der ist dann kurze Zeit später dann auch gestorben. Die Mutter von Hans Rosenthal ist dann auch nur ein paar Jahre später an Krebs gestorben und Hans Bruder, der wurde verschleppt und dann erschossen. Also Hans war dann nur noch übrig und der musste dann ab 1940 Zwangsarbeit leisten. Da war der noch nicht mal 20 und ist dann getürmt 1943 und dann eben in den Kleingarten gegangen, um sich da zu verstecken, wie jetzt Katharina Petzl erzählt hat, bis der Krieg vorbei war. Und dann ging die Karriere von Hans Rosenthal los, muss man sagen, weil der war TV-Moderator unter anderem von der Show Dalli Dalli. Die ging, glaube ich, von 70er bis, keine Ahnung, 80er irgendwie so. Und da war halt bekannt dafür, dass der dann immer so sich ans Publikum gewandt hat und gesagt hat, sie sind der Meinung, das war, und dann hat das Publikum immer gerufen, Spitze! Und Hans Rosenthal ist dann in die Luft gesprungen und das Bild wurde dann eingefroren. Das sieht man ganz oft, also wer sich dafür interessiert. Also der Name sagt mir schon, ja, jetzt wo du das sagst, mit Dalli Dalli und so, das, okay. Ja, krass. Also das heißt, man kann sagen, dass der Kleingarten das Überleben von Hans Rosenthal garantiert hat in dieser Zeit. Auf jeden Fall, ja. Krass. Also nochmal zusammenfassend, der Kleingarten, der wurde von den Nationalsozialisten auch missbraucht, aber gleichzeitig war es irgendwie ein Ort auch von Widerstand und Versteck eben für Hans Rosenthal. Und in der Nachkriegszeit war es dann so, dass 1949 in Westdeutschland der Verband Deutscher Kleingärtner gegründet worden ist, der dann auch in der Ordnung drin hatte, dass er nicht parteipolitisch ist und auch nicht konfessionell ausgerichtet und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dient. Und in Westdeutschland lief das alles so ganz gut, aber in der DDR, da gab es Widerstände. Und da Ulbricht waren Kleingärten aufgrund ihrer Feinstruktur gar nicht so gerne gesehen. Also Ulbricht hat die gar nicht gefördert und erst mit Vonnecker hat sich dann auch quasi auf parteipolitischer Ebene dieses Image gewandelt. Und es wurde erkannt, dass Kleingärten wichtig sind, eben um auch die Standards ernährungsmäßig zu erhöhen für die Bevölkerung der DDR. Und deswegen wurden damals auch noch mal Mitte der 1970er Jahre massiv Kleingartenflächen in den berühmten Neubauvierteln der DDR gleich mit eingeplant. Deswegen ist es heute ganz gut sichtbar, wenn sie in so einem Neubauviertel unterwegs sind, da ist immer irgendwo eine Kleingartenanlage. Jetzt mal unabhängig von dem, was Katharina Petzelt gesagt hat. Ist da meist irgendwie eine Vogelaufzucht im Hintergrund, weil du die ganze Zeit während den O-Tönen so krass viel Vogelgezwitscher hörst? Ja, wir waren im Museum und die haben so eine Zwitscherbox aufgestellt, sodass man da immer Vogelgezwitscher hört, künstliches. Okay, aber das ist künstliches Vogelgezwitscher. Ja. Okay, alles klar. Okay, zurück zur Geschichte. Auch interessant, dass der Kleingarten dann für die DDR-Führung so ein Politikum dargestellt hat, oder? Möchte man ja auch meinen, dass es Wichtigeres gibt als Kleingärten, aber offensichtlich ist halt dem Staat nichts unwichtig. Vor allem nicht der DDR. Ja, die war da schon sehr paranoid, würde ich mal sagen. Und da hätten wir ja wieder, es gibt halt viele Parallehen zur Kieskannenfolge, ja? Weil ich meine, man könnte jetzt natürlich, ich hoffe, dass du auch ein Hörspiel vorbereitet hast über die Spionages, weil die Hans-Rosenthal-Geschichte, die wäre zum Beispiel auch cool gewesen. Oh, der war Münze bei. Es hat sich jedenfalls dann 1959 in der DDR der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintürzüchter gegründet. Und darin gab es die Fachrichterüren, ich habe die jetzt mal alle aufgelistet. Die Rassekaninchenzüchter, die Rassegeflügelzüchter, die Ziergeflügelzüchter, die Exoten- und Kanarienzüchter, die Edelpelztierzüchter, die Ziegen- und Milchschafzüchter, die Rassehunde- und Rassekatzenzüchter und die Bienenzüchter. Und die haben ja alle ihre eigenen Anstecknadeln und Symbole und so weiter. Zierhuhnzüchter wäre ich gerne geworden. Ziergeflügelzüchter. Ziergeflügelzüchter. Bin ich Pfauzüchter? Ich hätte jetzt ja auch noch Rassegeflügel. Züchte ich da Pfaue, Rebhühner, die dann nicht gegessen werden, sondern als mit gestutzten Gefieder irgendwelche ehemaligen Höfe verschönern? Boah, der war keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich was für die Exoten-Züchter. Also wenn jemand von euch da draußen weiß, was der Unterschied in der DDR war zwischen einem Ziergeflügelzüchter und einem Exoten-Züchter, bitte melden. Ja, bitte. Und nach der Wiedervereinigung, da wird dann dieser Verband aufgelöst und überführt in den von Westdeutschland. Und das heißt dann Verband der Garten- und Siedlerfreunde. Und jetzt mehr als 100 Jahre nach Gründung des ersten Kleingartenverbands Deutschland, das war ja dieser Reichsverband der Kleingartenvereine Deutschland 1921, also über 100 Jahre her, gibt es hierzulande, also in Deutschland, rund 14.000 gemeinnützige Kleingartenvereine. Mit 5 Millionen Mitgliedern. 5 Millionen Mitglieder! Ja, krass. Da muss ich ja mal meine Eltern fragen, ob die da auch in so einem Kleingartenverein Mitglied sind. Bestimmt. Wenn die Kleingärten haben... 5 Millionen Mitglieder! Ja, aber wenn jede Stadt halt einen Kleingartenverein hat oder vielleicht mehrere sogar. Ja. Hier in meiner Kleinstadt gibt es auch einige. Da kommt schon einiges zusammen. Ja, das können wir vorstellen. 5 Millionen! Ich finde, das ist ja eine Zahl. Jo. Also von daher, keine Ahnung. Ja, ja. Und ich hatte schon angekündigt, dass diese Kleingärten einen sozialen Aspekt haben und das ist auch schon, glaube ich, durch die Geschichte einigermaßen rausgekommen, durch diese Armgärten und so weiter. Mhm. Und da sagt aber Katharina Petzl auch nochmal was dazu, dass die aktuell auch immer noch einen Wert haben. Ja, ohne eine gesetzliche Sicherung und eine rechtliche Absicherung würde es die Kleingärten heute gar nicht mehr geben. Weil natürlich, Schlagwort Gentrifizierung in den Städten, die Grundstücke natürlich finanziell viel mehr hergeben würden. Und das Kleingartenwesen ist aber gesetzlich geschützt. Also die Anlagen, die es gibt, die kann man nicht so ohne weiteres wieder auflösen. Und dafür gibt es halt zum Beispiel das Bundeskleingartengesetz. Ist natürlich verknüpft mit ein paar Bedingungen an die Vereine, an die Pächter. Das sind dann meistens die Punkte, die immer so mit diesem spießigen Image in Verbindung gebracht werden. Ja, aber wer was will, muss was tun und das ist auch bei den Kleingärtnern so. Ja, krass. Nö, kann ich total nachvollziehen. Also stimmt, dieses Spießer-Image, was Kleingärten so anhaftet. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, woher das kommt, weil ich meine, es hört sich auch erstmal total wild an, die deutsche Kleingartengesetzgebung oder whatever. Ich glaube auch, dass die ja für Artenvielfalt und Erhalt von natürlichen Lebensräumen auch innerhalb einer Stadt, innerhalb eines Ballungsraumes total wichtig sind. Und das wird halt Leuten, die nicht so viel Geld haben oder die jetzt keinen Garten halt in ihrem Grundstück haben, weil sie vielleicht auch kein Grundstück haben, denen wird halt die Möglichkeit gegeben, dass sie dann halt einen Garten haben. Weil dieses Kleingarten, Bundeskleingartengesetz, das besagt, dass die Pacht maximal der vierfache Preis von dem sein kann, was im gewerblichen Bereich gezahlt wird. Also es gibt so eine Preisdeckelung. Um jetzt mal eine Zahl zu haben, im Schnitt kostet ein Quadratmeter Kleingarten 18 Cent pro Jahr. Pro Jahr? Pro Jahr? Ja, also das heißt im Endeffekt, wenn du einen Kleingarten hast, dann zahlst du pro Jahr dafür vielleicht so 200, 300 Euro. Öh, und dann ist es dein Kleingarten für, das ist ja krass. Ey, Ralf, hopp. Was, hopp? Lass uns eine Kleingartensiedlung in Weiden aufmachen. Ja, es hat inzwischen halt lange Wartezeiten. Da muss man mal gucken, ob man da was kriegt. Ich kann da gerne mal anfragen. Komm, mach das. Das wäre doch witzig. Ja, und jetzt mache ich noch einen ganz kleinen Ausflug, nämlich raus aus dem Museum. Also in dem Museum, da gibt es dann halt noch so Dokumente zu sehen und ganz viele Fotos auch von früher. Und es gibt auch eine Kabinettsausstellung mit wechselnden Themen. Als ich da war, war das Thema Kitsch, Gartenzwerg. Und man hat halt Gartenzwerge gesehen und auch, woher kommt das und so weiter. Das hebe ich mir jetzt mal auf, weil ich glaube, es gibt in Deutschland auch ein Gartenzwergmuseum. Aber was ich ja schon angesprochen habe, es gibt auch diese Schaugärten draußen vor dem Museumsgebäude. Und da gibt es einen Garten, der sogenannte Laubengarten. In dem sind vier historische Lauben aufgestellt. Und die reichen vom Jahr 1890 bis 1925. Also die standen nicht von Anfang an dort, sondern die wurden halt dahin transportiert und aufgebaut. Viele Teile davon sind aber noch original. Also was man original erhalten kann, das wird auch versucht, original zu erhalten. Und bei einer Laube ist mir irgendwie aufgefallen, die Dachrinne sieht irgendwie komisch aus, die Regenrinne. Diese Regenrinne aus Holz haben wir nacharbeiten lassen von einem Tischler. Finden Sie mal einen Tischler, der in Regenrinnen hobelt? Ich glaube, die ersten drei Leute haben aufgelegt am Telefon, weil sie dachten, ich bin Spaßradio. Und dann haben wir aber einen gefunden, der hat die tatsächlich selber noch aus dem Stück gehobelt und hat die auch noch geteert. Damit war man mich einsickert. Ich lerne hier jeden Tag auch dazu, auch jetzt noch. Weil im Original das eben auch aus Holz eine Regenrinne hatte. Richtig. Und da klickt schon der Schlüssel. Und dann seid ihr eingegangen. Weil wir dann eben diese Lauben von innen angeguckt haben. Ja, genau. Also ich habe auch für alle Leute, die es interessiert und jetzt auch für dich, habe ich auch ein paar Fotos von meiner Lieblingslaube. Das ist die Kirschbaumlaube aus dem Jahr 1924. Kannst du gerne mal angucken. Die schaut ja wirklich schön aus. Also ich beschreibe mal kurz, was ich da sehe. So ein Haus mit so einem doppelten Walmdach. Und außen sind verschiedene Türen dran mit Ornamenten drauf. Die Türen sind an einem Gras grün gestrichen. Dazwischen gibt es Fenster, die wiederum auch einen eigenen Walmdachaufsatz haben und mit so Gardinchen gehäckelten oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt, gestrickten Gardinchen versehen sind. Also das sieht alles sehr nach 1920 aus. Das stimmt. Und wenn ich jetzt einen Innenbereich gebe, habe ich mir das auch so vorgestellt. Also so ein Tisch mit weißen, relativ rustikalen Möbeln und so ein Tischdeckchen drüber. Eine Gasflasche im Hintergrund, so wie ich das sehe, einen geflochtenen Korb. Und ich weiß nicht, was dieses rote Ding ist. Ein Ofen oder irgendwie sowas? Oder ein Schrank? Nee, es ist ein Schrank. Ich glaube, das ist nur ein Schrank. Aber es gibt auch Lauben mit Ofen drin, ja. Mhm. Ja, schön. Ja, fand ich auch. Das ist so mein Abschluss eigentlich davon. Also die habe ich mir dann auch zuletzt angeguckt. Es gibt dann auch noch einen Entdeckergarten, in dem es Veranstaltungen gibt, wo man, also gerade für Kinder, Jugendliche, aber ich glaube auch für Erwachsene, wo man einfach so ein bisschen was erfährt über Natur, Umwelt, Gartenpflege und so weiter, ja. Cool. Also ich war da insgesamt, boah, wie lange war ich da? Ich glaube, ich war da zwei Stunden. Und muss sagen, ein bisschen bin ich schon so durchgesprintet, weil man kann da wirklich einen halben Tag verbringen, um sich das alles in Ruhe anzugucken. Am besten einen sonnigen Tag natürlich, um sich außen alles anzugucken. Und vielleicht auch mit den Kindern, weil es gibt ja auch einen Spielplatz da drin. Wie viele Menschen besuchen denn dieses Museum jedes Jahr? Gibt es da Zahlen? Beliebte Frage. Also pro Jahr sind es mehr als 7000 Besucher. Mehr als 7000? Ja, krass, okay. Falls du noch Fragen hast, weitere Fragen, hau raus. Ich versuche es zu beantworten. Nee, also ich bin total fasziniert. Das ist eine wahnsinnig... Natürlich habe ich ein paar Folgefragen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, weil wir so unendlich verschiedene Dinge angesprochen haben. Ich finde es super spannend, wie alles miteinander zusammenhängt und wie so der Kleingartener so viele verschiedene Dimensionen hat. Das ist schon cool. Also danke für die Folge. Habe ich wirklich viel gelernt. Und das mit endlich zu wissen, woher dieser Schrebergarten kommt. Ich bin jetzt noch nie nachts eingeschlafen und dachte mir, woher kommt der Schrebergarten? Und ich dachte mir ja auch, keine Ahnung, das kann man sich auch wahrscheinlich relativ leicht ergoogeln. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man irgendwie viel unterwegs ist, man kommt immer an Schrebergartensiedlungen vorbei. Und ich habe mir immer gedacht, okay, hä, was steckt da dahinter? Warum gibt es die eigentlich? Warum heißen die so? Und jetzt bin ich da ein bisschen schlauer. Von daher vielen Dank. Ja, aber da musst du mitnehmen, dass halt nicht jeder Kleingarten, den du siehst, ein Schrebergarten ist. Weil ein Schrebergarten in der Mitte eben so einen Spielplatz für Kinder hat. Genau. Und ich glaube, Schrebergärten müssen ja nicht zwangsläufig für Gemüse oder Anbau von irgendwas genutzt werden, oder? Doch, das kommt auch noch dazu, ja. Also diese Drittelregelung gilt dann auch für den Schrebergarten. Ach echt? Weil ein Schrebergarten ja Teil des Kleingartens ist. Und der Kleingarten, der unterliegt ja diesem Bundeskleingartengesetz. Da gibt es eben diese Drittelregelung. Also das heißt, ich kann jetzt nicht einfach einen Schrebergarten pachten und dann quasi, keine Ahnung, einfach eine Laube draufstellen, einen Baum pflanzen und irgendwie Rasen aussehen, sondern ich muss doch wirklich auf einer Drittelfläche dann auch was anbauen. Ja, genau. Und es gibt sogar noch eine Maximalgröße für die Laube. Die darf nicht größer als 24 Quadratmeter sein. Okay. Das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Und in der DDR gab es ja diese ganzen Züchtervereine und so weiter. Also Tiere darfst du auch nicht halten im Kleingarten. Das gab es in der DDR, aber danach nicht mehr. Ausnahme, Bienen. Alles klar. Ja, sehr schön. Dann lieber Ralf, vielen Dank für diese tolle Folge und ich habe auf jeden Fall Lust, wenn ich das nächste Mal in Leipzig bin, dann mal vorbeizuschauen. Das hört sich wirklich spannend an. Ja, das freut mich. Und jetzt freue ich mich ja drauf, was es in der nächsten Folge zu hören gibt, denn da wirst du wieder unterwegs sein. Genau. Und da geht es um ein Museum und um eine Tätigkeit oder um etwas, das heute einen, ich sage mal, ziemlich beschissenen Ruf hat, aber historisch ganz anders betrachtet wurde. Also es geht um ein Museum und dann geht es parallel, habe ich noch einen zweiten Ausflug für dieses, für, äh, unternommen. Und, ähm, genau. Es wird um die Geschichte etwas gehen, einer Tätigkeit, eines Konsums, der heute den beschissensten Ruf ever hat, aber damals eben nicht. Und wie es dazu gekommen ist, was das alles impliziert und, ähm, wie sich das auch auf unsere Gesellschaft ausgewirkt hat. Mhm. Sehr vage, aber auch sehr spannend und sehr wichtig klingt es irgendwie, wenn sich das so auf unsere Gesellschaft ausgewirkt hat. Genau. Ja gut, bin ich gespannt. Dann sage ich mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann teilt doch die Folge. Teilt unseren Podcast und vergesst auch nicht, selbst den zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wir betreiben, bitte nicht anfassen, ehrenamtlich. Das heißt, wir bekommen kein Geld dafür. Wir fahren immer sehr gerne hin, aber eben auf unsere Kosten. Wenn ihr uns da irgendwie unterstützen möchtet, wir freuen uns auch über Spenden. Das könnt ihr zum Beispiel tun über GoFundMe, da haben wir eine aktuelle Kampagne, oder über Steady, da könnt ihr ein Abonnement abschließen. Und wir sind natürlich auch immer wieder dankbar für Empfehlungen von Museen, Weiterleitungen und so weiter und so fort und Feedback. Genau. Von daher bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao. So, damit haben Sie das Ende für Ihren Podcast aufgenommen. Ja, sehr schön. So, damit haben Sie das Ende für Ihren Podcast.